Hier setze ich ein blaues Portal hin Und ein orangenes benutze ich jetzt gleich, nachdem ich den Knopf gedrückt habe, um da die Tür wieder aufzumachen Das war gar nicht, um hier rüber springen zu können, sondern es war, um einfach wieder zurück zu kommen So Orangenes Portal Nein! Egal Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten, zerstören Sie keine wichtigen Testapparate Na Mist, ich brauche jetzt irgendwie eine Fläche, wo ich durch kann Ja, geschafft Cool Oh ja, an dieses Level kann ich mich erinnern, das hat mich stark zum Verzweifeln gebracht Und zwar muss man sich immer hochkatapultieren lassen, um auf die nächste Plattform drauf zu kommen Um dann Also, es ist schwer zu erklären Also ich lasse mich quasi mit dem orangenen Portal Aus dem blauen hier hochschleudern Und setze dann das orangene wieder hier oben drauf, damit ich, wenn ich in das blaue zurückfalle, aus dem orangenen rauskomme Und so weiter und so weiter Damit kann ich dann Durchgehend nach oben fliegen Ich muss mich halt immer wieder umgucken Um herauszufinden, wie ich zum nächsten Welches das nächste Portal ist, was ich setzen muss Also ich muss jetzt das orangene setzen So Dann das orangenen hier drauf Dann das blaue hier drauf Dann das orangenen hier drauf Ja Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden Die unter Umständen gefährlich sein können Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit Wie toll, dass ich hier noch nie an einem Seminare teilgenommen habe Also ich muss sagen, das habe ich gerade echt bravourisch gemeistert beim ersten Mal Ich konnte mich zwar noch daran erinnern, was ich machen muss Aber, äh Ja Es hat echt geil geklappt So, was müssen wir hier machen? Willkommen beim letzten Test Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein Wärme schief Ich bin kukukukukuket Mein Gott, bin ich clever Oh, ich bin dämlich Ich habe das Ding viel zu niedrig gesetzt Ne, da komme ich nicht hoch Scheiße Jetzt muss ich aufs nächste warten So geht's Ah, die braucht aber ganz schön lange, um zu kommen Die Plattform Beilig Kannst du bitte hier hinfahren? Ich will mit dir fahren So Jetzt gehe ich hier drauf Und jetzt benutze ich Moiner Portalfähigkeit hier Um Nein, viel zu früh Ah, scheiße Nochmal das Ganze Ich dachte, das würde einfach so funktionieren So, jetzt aber Nein Ich glaube, ich hätte einfach die Kugel umleiten müssen Geht natürlich auch Nur ich, vollidiot, komme natürlich nicht auf so eine Idee Oder ich mache die Portale direkt neben die Stelle, wo die Kugeln aufschlagen Und dann benutze ich die einfach Um, äh, als Tür, um drum herum zu gehen Ich gucke einfach mal Also, das erste Portal dann sich hier hin Und das zweite hier hin Das kann ich nämlich einfach Ah Wenn ich zeitlich ein bisschen besser timen würde Ich glaube, da lag gerade so eine Schildkarte oder sowas im Wasser Genau neben mir Jawohl So geht es natürlich auch Kacke Wie mache ich das am besten? Das ist jetzt eine hier oben hin Noch höher Ja, zum Beispiel Gratulation, der Test ist vorüber Alle Appertür-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig Nur ich nicht, oder was? Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture-Sive Wie geil, jetzt opfern die mich einfach Scheiße Wie war das nochmal? Wie bin ich nochmal hierhin gekommen? Genau, indem ich einfach Ja, zum Beispiel So, ich muss jetzt gleich das Orangene umsetzen Und legen Sie sich mit gestreißten Armen auf den Bauch Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen Ich hab's ja geschafft Oh Ach, ich hab eine Portalkanone Und ich fragte, du Scheiße, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Ja, mit einer Portalkanone, ähm Muss man sich sowas gar nicht mehr überlegen Ich glaub, ich muss da über die Tür drüber, ne? Ja, durch die Tür einfach Ja Ach Sieh, meine Ahnung, die hängen so kaputte Ah, das ist die Fertigungsanlage von den Viechern, ne? Ich glaub schon Tja Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier Ich kann es fühlen Hallo? Welchen habe ich da? Das Blau Dann setze ich das Orangene mal da hinten hin So Oh jetzt muss ich das blaue umsetzen ja cool coole scheiße aber ich gehe erstmal in das büro da rein mal gucken was es da gibt er weiß was einer erwartet dollars and cents was black mese interessiert mich nicht interessiert mich das kaputt scheiß toll auch coole veranstaltungen der kanal nimmt jetzt kann ich die tür auch aufmachen ja cool und hier ist dieses büro von wo man immer in die testkammer gucken kann aber daran nimmt ja sowieso kein mensch mehr teil boah das war ein schwein jetzt werde ich fast noch gestorben naja ich gehe mal den gang da hinten weiter mal sehen was sich überrascht ist auch mal cool nicht immer diese stimme von dem hässlichen roboter im nacken zu haben ich muss da hoch so schwer war das ja jetzt nicht allerdings bin ich glaube ich auf der falschen seite das heißt hier das orangene das blaue jawoll was machen sie denn sie haben es noch nicht geschafft das ist die falsche richtung naja hier haben wir in die röhre hier rein oh ich werde von einem block geschoben jetzt nicht mehr ich glaube ich habe das spiel geknackt die ganzen testkammer alle kein aufzug darum mich abzuholen oh je der kuchen ist angeschritten ich habe gesagt sie sollen warten arbeiten aber sie wollen nicht es ist aber noch da wenn sie weg machen so jetzt bin ich hier hinten ah genau nicht mehr kann ich mich erinnern da habe ich stundenlang gebraucht um zu raffen was ich machen muss ich glaube ich musste ein portal hier hinsetzen und dann musste ich irgendwie hier oben drauf kommen wie habe ich das nochmal geschafft eins das blaue jetzt einfach hier oben drauf setzen genau und dann schnell da drüber laufen dann bin ich schon hier oben das habe ich am anfang nicht gedacht am ersten mal ich habe stundenlang gesucht wie man da hochkommt aber ich muss einfach nur hier drüber laufen so blau und dann orange einfach wo okay und jetzt einfach blau orange ja er lädt er lädt er lädt er lädt er lädt wie so oft das ist die falsche richtung wo wollen sie denn hin ich glaube nicht dass sie wissen wohin sie gehen müssen erst mal einen schluck cola gönnen hallo 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 hallo